Hallo, mein Name ist Martin Böcker und ich möchte auf jeden Fall den Job machen, weil ich seit Jahrzehnten schon das Online-Marketing für diverse, mittlere und mittlere NGOs gemacht habe. Und ich möchte mich wirklich weiterentwickeln. Und deshalb denke ich, dass ich genau der richtige Mann für Iron Job bin. Wenn ich nicht gerade meinem Pflichten als Admin der Uni-Gruppe nachkomme, dann entspanne ich mich dabei, was die Leute zu meinem Essen auf Facebook posten. Und deshalb denke ich, dass ich genau der richtige Mann für Iron Job bin. Und gib zu mir, ich werde euch zeigen, dass das wirklich hinhaut und ihr werdet es wirklich, wirklich sehr erfreut sein, dass ihr die Empfehlung drauf macht. Bis bald.